Ne, warum mach ich denn mein Schutzschild nicht an? Idiot. Noch ist ein Sieg möglich. Kämpft härter. Und nicht noch. Na, geh mal erst halt hier hin. Was soll's. Das Ding jetzt uns. Das dauert noch ein bisschen, hä? Nö, das ist jetzt uns. Natürlich ist das jetzt uns. So. Geh zu Fuß. Rache. Schade, dass sie meinen schönen Flieger zusammelt haben. Vielmehr, dass ich meinen schönen Flieger zusammelt habe. Das war natürlich schön. Okay, ja. So. Das neue Konglomerat hat die Einrichtung erobert. Ja. Warten wir ab. Guter Wurf oder guter Wurf? Nein. Wie kann man nur so dämlich sein? Ich hab's doch hier sehen. Die beschissene Granate. Ich muss aber, ich muss hinterherlaufen. Ja, ich muss. Hirnlos. Ist hier irgendwo ein Zander da? Ich würde gerne da wieder rauskommen. Bau doch mal auf, Junge. Hey, Junge. Bau mal auf. Alter. Was denn jetzt? Gehirn. Na. Na. Also. Huch. Okay. Okay. Nochmal. So. Wo ist die Hütte? Die stinkende? So. Arsch. Einer. 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 Kommt, ist schon rausgeströmt. Wo ist die Hütte? Den schon nicht geholt. Für ein Gebäude ist es anzuholen, nicht zu prickeln. Keiner verkrochen. Warum kommt denn alle in weiß da rum? Alles Tote? Wieso denn? Ach, deswegen. Mal eben den Kopf in die Schüssel hingehalten. Gute Idee. Wo ist die Hütte? Wo ist er denn? Ich sehe keine. Na, außer ihm hier. Der Einzige, der noch hier rumsteht. Ja. Na, noch zwei. Ich bin hier im Einsatz gewesen. Ich bin hier im Einsatz gewesen. Aua. Ne, ich gehe weg. Hier ist doof. Wohin gehe ich denn? Ich hätte gern, ich hätte gern. Ganz da hinten ist nur wer. Da rennt schon einmal vor. Dahin sind die unterwegs. Hm. Ich würde sagen, hier. Aber wenn das denn zu weit wäre, dann ist doch weit. Ach, jammer doch nicht rum. Geht weg. So. Dann nehmen wir mal einen kleinen Fußmarsch ein. Darüber. Oh man. Noch zwei Minuten. Ne, komm, da warte ich lieber zwei Minuten. Fahr, oder? Fahr mit dann. Komm ich jetzt hier hoch? Nein, natürlich nicht. Tja. Los. Auf da. Zu dümmlich. Oh nein, nein. Nein, nein, nein. Will nicht. Ja, wir gehen dabei Pilze suchen. Na? Gibt es hier auch Pilze? Lass mal gucken. Wo ist noch was zum Mitfahren? Da. Gut, dann ungefähr die Richtung. Geh raus. Das geht nur fünf Sekunden. Ohne Motor schon rappe. Guten Tag. Was war das? Wohin fährst du? Warte doch, warte doch. Da komm ich mit. Jetzt wartet er, bis ich fünf Meter davor bin. Dann fährt er los. So, hier oben war irgendwo einer. Wo ist die Sau? So, vorwärts. Die Einrichtung gehört uns. Na klar. Wir wollten alles nieder. Tralalala. Naja, so wirklich. Da, da, Flugzeug. Flieger, Flieger. Boah, wie viel hat der denn vertragen? Das ist schon einiges, ne? Klack. Da haben sie ihn erwischt. 300 Pünktchen. Einwand frei. Der will bestimmt überholen. Schieb uns mal an. Okay. Hast du sogar recht. Panzer, tatsächlich. Feuer. Ich muss mal hier nebenan warten. Ich kriege von mir. Wartet nicht, nicht, nicht. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, du Ratte. Nein. Ich hab schon Lunte gerochen. Ich hatte schon gedacht. Hahaha. Nur noch dran kleben. Hm. War wohl etwas zu gierig. Ja, fahr noch vor. Ich hab immer Glück, ne? Immer wenn ich da irgendwo spawnen will, dann, äh, meine Leute müssen auch durch die Gegend fahren. Jetzt ist der halt. Jetzt hast du Pech gehabt. Geht mal ran. Oh denn. Ja, geht mal ran. Ich komm mit. Hinten rum. Gefällt mir übrigens die neue Festung hier. Kann mir echt als Festung bezeichnen. Ich komm mit. Dann gehen wir hoch zu D. Komm. Auf. Helfen dem da. Wo ist das D? Ich erzählen würdet. Ach, da ist es. Höhöhöh. Ist schon nichts uns. Da kommt man ja nicht. Ah, hier kommt man durch. Okay. Oh, die werden ja überrannt. Nach Zivc krieg ich dann noch was mit. Rums. Yeah. 25 Punkte. Für Papas Besten. Naja. Bei A ist noch mehr. Gibt's aber gar nicht. Das sieht wirklich nach der totalen Überlegenheit aus im Moment. Komisch. Wundert mich. Wie ich auf die Map eingeloggt hab. War da aber nicht so heftig. Peng, peng, peng. Wo? Oben drauf. Drinnen. Oben bestimmt. Oh ne. Bestimmt hier drin. Höhöh. Ey, man kann sich hier an ein Gebäude stellen. Gibt's ja wohl gar nicht. Er schreit nicht. Ihr seid nicht. Tretat rohlala. Das ist die Ultima. Pass auf. Was? Was? Warte mal. Oh, ja. Ich wusste. Ich wusste. Bomm. Danke. So, so. Granate, 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 Granate. Alle krauchen sie da rum. Endlich haben sie das weggemacht. Das gefällt mir natürlich wirklich sehr gut. Guck, guck. Guck, guck. Hahaha. Ich kann sie in die Hütte reingucken. Guck, guck. Hahaha. Warte, warte, warte. Aber wenigstens kann man mal an die Hütte ran. Guck, 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 guck. Wer war da? Kann ja nur einer von denen gewesen sein. Zwei Stück. Nö, da geh ich doch. Guck, guck. Guck, guck. Au. Der guckt war zu viel. Na? Komm auch zu, Schweinchen. Ach, der steht hinten in der Hütte. Da ist noch eine Hütte. Nein, muss ich sein. Ah, Idiot. Ja, wer dümmlich vorm Fenster rumsteht, wird halt erschossen. So ist das, Leute. Und ich glaube, jetzt werde ich auch Schluss machen. Ist unerträglich in der Affenhitze hier zu hocken. Mir läuft die Suppe am Arsch zusammen. Ehrlich eklig. Ich muss duschen. Sorry. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Au. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.